Moin Ich werd sowas von Titan spielen Sind das Deutsche echt oder was? Aber der Ander hat Fra im Clantec Oje 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 Ja das sind alles Deutsche der der ich habe auf das Profil von dem MH Dome geguckt Sechs Schwitzer gegen sechs Schwitzer Geil Denkst du mir auch? Hahahaha Oh der Chris packt seine Schwertfisch aus Oh jetzt gehts rund Jetzt gehts auf Brr brr Dicke Da hat er ihn geholt Na die spielen aber nicht alle Titan okay Dicke Links zwei Dicke Quatsch Um im Fenster Um im Fenster Cypher Oder DME Oder was das sein soll DRODE Ich blende alle Holz michel noch Holz michel noch Holz michel noch Okay ich schau rechts rum Ich blende alle Ich blende sie Ich blende sie Ich blende sie Ich blende sie Hab ihn Hab ihn Hau doch ab man Ohne wieder Stellung Ey die Schwerstöne Schwerstöne Oben im Fenster Oben im Fenster Und überall Samtags Ich habe es aber auch gerade gedacht Oben im Fenster bei denen Ohne ich Samtags Oben im Fenster bei denen Jo, what the fuck, Titan, alles klar, mir reicht's, ich glaub, Titan Ey, willst du mich verarschen? Hinter uns, ja, alles klar, mein Gott, na Jo, nice Danke, Eric Da in der Garage ist einer, Timo, gell Okay Nee, doch nicht, Spawnflift Doch, Spawnflift, glaub ich, spawnen irgendwie alle hinter uns Ich hab Krone, dann können wir gucken Jo, what the fuck, von wo denn jetzt? Jo, alles klar, wie schnell Ich hab auch Scharfschützen-Nest Gegeiert, glaub ich, oder? Ja, Reaktor-Kern unten im Haus Und hinter mir, weil Spawnflift Boah, Digger Nein, Gott, ich hab doch nicht so zu in der Ecke Mhm, ich denkst mir auch, gut ich checkte es nicht warum sport immer einer dann beim eigenen sport das ist so ja ding steht drin ja 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 Ich habe noch einen Cluster, keine Fresse, Alter. Geh mir auf. So, dann. Ja, von wo? Zu vorne wieder. Ja, verweck nicht. Boah, schmeißt mal jemand eine Cluster in das Haus. Ich habe leider keine. Der ist ein Battery. So, also du bist drin. Ja, der ist oben im Fenster. Haus und Spawnflip, auch so. Spawnflip. Ja, und umgegrenzt der Titan. Warum gammeln die eigentlich immer alle im Fenster? Ich check das nicht. Hau die Drohne wieder raus. Ja. Schlecht noch mal. Ja. Keine Fresse. Spawnflip, oder? Ich schaue ihn zu, das erste was er macht, Fenster oben. Aber mit einer Priorisierung ist der da hoch gestürmt. Hier war irgendeiner am Spawn. Fass. Was? Feindliches Scharfschützen ist. Ja, wird hier gleich gegeiert. Na, komm. Ja, Chef. Eigentlich gar kein Problem mehr. Weg Scharfschützen ist. Okay. What the fuck? Alex, was war gerade dein Plan? Ich bin jetzt mit Splitfire. Sehe ich gerade. What the fuck? Oh, der hat diese Uhrenabschüsse. Oh mein Maul. Wie geil jetzt alles, was bei dir noch zu tun ist. Und wieder die Cluster. Meine Fresse. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Komm, ey. Ich lauf genau rein. Nein, 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 nein. Da bist du einmal auf Streak. Ja gut, aber was Stellung ist, haben die auch nicht verstanden, die Jungs. Von wo? Ich spawne da, Mann. So, Ende. So, Ende. Tschüss. So, ich bin jetzt zum flammengest Pfeier. Aber ganz zur vomit. Wie geil. Vielen Dank.